Hast du dich erkältet? Nein, mir geht's schon einfach nicht gut. Allein schaffe ich das nicht. Du musst ja auch nicht. Ich bin ja nicht die Einzige, die den Traktor fahren kann. Aber Anne fährt morgen wieder. Bleib doch einfach noch ein bisschen länger. Anne! Was ist denn jetzt wieder los? Weißt du, was sie hat? Ich brauche Tanzkinder. Kopenhagen. Das ist ganz gut. Das ist gut. Ich brauche mich dafür. Ich brauche mich. Sieiben mir auf jeden Fall. Das ist gut. Das ist gut. Ich brauche mich. Herr Mittler. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018